Die erweiterten Conversions bei Google Ads sind auf dem Vormarsch und werden von Google Ads in den Benachrichtigungen, die ihr so in euren Konten erhaltet, auch aktiv getrieben. Und ich will heute nochmal ins Detail gehen, was die erweiterten Conversions angeht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Master of Search Podcast. Mein Name ist Jörg Ullmann und wir bei Master of Search helfen Unternehmen dabei, ihre wirklich realisierten Ergebnisse messbar zu machen und darauf basierend, profitable Google Ads Kampagnen aufzubauen. Ich bin hier für das Thema Messung, Tracking und Analytics gemeinsam mit meinen Kollegen zuständig und das Thema Enhanced Conversions, ich habe es ja gerade schon eingangs gesagt, wird von Google sehr aktiv getrieben. Und ich möchte in dieser Podcast-Folge dir heute erklären, warum sie das tun und wie du davon profitieren kannst. Erstmal, warum eigentlich erweiterte bzw. Enhanced Conversions? Wie du vielleicht schon herausgefunden hast, ich bin ja sehr viel in diesem ganzen Fitness- und Ernährungsbereich auch unterwegs. Und da gibt es einen Begriff, da spricht man immer von so Enhanced oder Enhanced Athleten, Performance Enhanced Athleten, was nichts anderes heißt, dass der Sportler oder Athlet, ich sage mal so, mit unerlaubten Mitteln seine Leistung verbessert. So, jetzt muss man dazu wissen, im Bereich von Google und Enhanced bzw. Enhanced Conversions ist das nicht unerlaubt, ganz im Gegenteil, es ist auf jeden Fall geboten und ich will dir wie gesagt erklären, warum sie das Ganze machen. Also, mit den Enhanced Conversions kannst du sozusagen die Daten anreichern und Conversions sichtbar machen, die dann sonst eventuell gar nicht hätten gemessen werden können. Darüber hinaus verbesserst du die Attribution der Conversions, die du in diesem Fall mit den erweiterten Conversions misst bzw. zusätzlich die Daten im Prinzip ergänzt. Warum? Das will ich kurz erklären. Also, erst mal, wie funktioniert das Ganze? Du misst Conversions entweder mit einem Google Tag oder mit dem Google Tag Manager idealerweise und sendest sozusagen eine Conversion, wenn etwas Bestimmtes passiert. Nehmen wir mal einen ganz klassischen E-Commerce-Store, du verkaufst also etwas, dann geht es in den Bezahlprozess, der Kunde hat gekauft, es ist also klar, dass bezahlt wurde und jetzt sendest du mit dem Google Tag Manager eine Conversion zu Google Ads mit dem Umsatzwert, mit der Transaktions-ID und vielleicht noch ein paar andere Informationen. Okay, und wenn du jetzt die Enhanced Conversions oder erweiterten Conversions im deutschen Sprachgebrauch, wenn du die jetzt verwendest, dann sendest du zusätzlich zu den Dingen, die ich gerade beispielhaft angesprochen habe, auch noch personenbezogene Daten. Was sind das für Daten? Naja, sowas wie die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, der erste Name, der Nachname, Adresse. So, jetzt muss der eine oder andere jetzt aufschreien und sagen, oh Gott, das können wir doch nicht machen, personenbezogene Daten, das können wir nicht einfach so senden, keine Sorge, das Ganze wird gehashed, also verschlüsselt. Das heißt, diese Daten werden in verschlüsselter Form gesendet und sind so also auch nicht ohne weiteres auslesbar. Also wir senden jetzt nicht in Klarschrift die E-Mail-Adresse rüber über einen JavaScript oder an die Google-Server, sondern das passiert gehashed. Okay, so. Warum jetzt also das Ganze? Du musstest im Prinzip mal so sehen, wir leben ja in einer Multi-Device-Welt, also ich ertappe mich selber auch gerne dabei. Das heißt, ich recherchiere vielleicht an meinem Desktop-PC über etwas und mache den Kaufabschluss dann abends auf dem Sofa, auf dem Smartphone. Das passiert sehr, sehr häufig und jetzt muss man sich darüber im Klaren sein, wenn wir rein über Cookies messen, dann ist es ja so, dass das Cookie, was bei mir gesetzt wurde, vielleicht in der Mittagspause auf meinem Desktop-Gerät, das ist ja so in dieser Form nicht auf meinem Mobiltelefon mehr drauf. So, wenn du jetzt der Shop-Betreiber bist, ich bin auf deiner Seite, hab mittags recherchiert, keine Ahnung, ich will mir einen neuen Wok kaufen, nehmen wir mal so ein Beispiel. Und ich trage mich mit dem Gedanken und so weiter und abends stelle ich dann fest, boah, der alte Wok, der muss einfach weg, die Beschichtung ist runter, fertig, das Ding muss ausgetauscht werden. Und dann greife ich zu meinem Smartphone, hab jetzt sozusagen natürlich auch noch deinen Shop-Namen in dem Fall in Erinnerung und jetzt gehe ich aufs Ganze, jetzt rufe ich die Seite auf und sage mir, okay, ich muss das Ding jetzt kaufen. Und dann kaufe ich das über Smartphone, fertig, aus. So, würden wir jetzt rein nur über einen Cookie messen, dann wäre uns diese Conversion ja sozusagen entgangen, weil der ursprüngliche Berührungspunkt fand eben mit dem Desktop-Gerät statt und dieses Cookie kann ja jetzt nicht auf dem Smartphone ausgelesen werden. Aber in meinem Fall, wenn man jetzt das ganz konkret nochmal durchspielt, ich bin mit meinem Google-Konto eingeloggt, ja, das heißt also, ich hab den Chrome-Browser, ich bin mit meinem Google-Konto eingeloggt, ähm, äh, auf meinem Desktop-PC und abends, wenn ich mit meinem Android-Phone, bin ich mit meinem, mit dem gleichen Google-Konto, ähm, mit meinem Android-Profil eingeloggt. Und was kann Google jetzt tun, wenn du die Enhanced Conversions zusätzlich sendest? Also meine E-Mail-Adresse zum Beispiel oder meine Telefonnummer. Google kann das Ganze jetzt mit, ähm, ebenfalls verschlüsselten und gehashten Daten auf seiner Seite matchen. Das bedeutet, ähm, sie erkennen, ähm, der liebe Jörg, der heute Mittag, ähm, auf eine Google-Werbeanzeige geklickt hat und jetzt, äh, abends auf seinem Smartphone hier einen, äh, einen Kauf abgeschlossen hat bei diesem Betreiber. Aber das ist ja ein und dieselbe Person, das ist ja ein und dasselbe Google-Konto und so ist die Attribution natürlich viel, viel klarer und für Google viel, viel nachvollziehbarer und für dich, äh, in deiner Gebotsstrategie heißt das natürlich, dass wir hier sagen können, okay, ähm, ähm, das Smartphone hat jetzt sozusagen erstmal, äh, den Zuschlag bekommen für den Kauf, aber die Journey hat sozusagen auf einem Desktop-PC begonnen. Okay. Und deswegen sind diese Enhanced Conversions so wertvoll, weil sie eben diese Gaps, äh, wir sagen dazu Gaps schließen. Ähm, das ist es im Prinzip, ja, also, und du kannst das dir, ähm, im Prinzip auch noch mit anderen Situationen nochmal durchspielen. Also der, der Google-Nutzer in dem Fall, äh, sieht eine YouTube-Ad. Ähm, ganz, ganz häufig, ja. Du bist mit einem eingeloggten Google-Konto bei YouTube unterwegs, ähm, und dann klickst du auf eine Seite und konvertierst da. Also in dem Fall in deinem Shop und konvertierst, konvertierst dort. Äh, ihr könnt euch diese Uplifts in den, ähm, äh, Diagnosedaten für die Conversion, für die jeweilige, in eurem Google-Ads-Konto auch anschauen. Das heißt, wenn ihr die Enhanced Conversions schon habt, also bei dem Status steht da Enhanced Conversions, grüner Haken, läuft alles, ja. Dann seht ihr dort auch den Impact mitunter, wenn ihr sehr viel Upper Funnel-Kampagnen habt. Also was halt, was meine ich damit? Das heißt, sehr viel, ähm, Kampagnen, die, äh, die jetzt nicht direkt auf, äh, äh, Handyvertrag kaufen, äh, wäre jetzt sozusagen, wäre jetzt nicht sehr Upper Funnel, weil, äh, da bin ich wahrscheinlich schon relativ stark, ähm, relativ stark unterwegs mit dem, was ich, das, was ich da möchte. Nein, ich meine jetzt wirklich Upper Funnel, also Videokampagnen zum Beispiel, ne, also wo ich wirklich erstmal die Leute auf mein Produkt aufmerksam machen möchte. Okay, wie setzen wir das um? Äh, idealerweise mit dem Google-Tech-Manager. Das würde ich, äh, empfehlen. Wenn du mit nem, äh, wenn du mit nem Tool arbeitest, also mit nem, mit nem Shop, der, der dir, der dir nur standardisiert, das irgendwie zulässt, dann gibt es häufig bei den meisten modernen Shop-Systemen die Möglichkeit, einfach einen Haken zu setzen. äh, JTL fällt mir jetzt da zum Beispiel ein, äh, ja, so ein System, wo ich das schon gesehen habe bei Plugins, da kann ich einfach einen Haken setzen und dann werden, werden diese erweiterten Conversions übermittelt. Ähm, wenn du, und das ist jetzt deine Hausaufgabe an dich an dieser Stelle, wenn du diese, ähm, wenn du auf die Conversion-Diagnose-Seite gehst in deinem Google-Ads-Konto und du findest dort nichts, also du siehst keine erweiterten Conversions oder die sind nicht eingerichtet. Oder du hast eine von diesen E-Mails bekommen in den letzten Wochen, wo Google dich doch darauf hinweist, dass du bitte die Enhanced Conversions einrichten solltest, dann, ähm, ja, werde tätig. Und dann würde ich dir Folgendes vorschlagen. Geh auf unsere Webseite master-off-search.de und nimm Verbindung mit uns auf. Wir schauen uns das Ganze unverbindlich an, ob die Enhanced Conversions bei dir passen, ob die drin sind, ob alles in Ordnung ist und so weiter. Ob du davon profitieren kannst, äh, machen wir, machen wir gerne eine kurze Ersteinschätzung. Okay, ich hoffe, ich habe etwas Licht gebracht in das Thema Enhanced Conversions und was es dir bringt, warum du es machen solltest. Ähm, genau. Ich würde mich super freuen, von dir zu hören. Äh, schreib uns gerne mal einen Kommentar dazu, hier bei, ähm, bei Spotify zum Beispiel. Und, äh, eine Bewertung freuen wir uns auch immer riesig drüber, äh, zu unserem Podcast. Und jede, jede Bewertung, die wir bekommen, wird natürlich hier auch nochmal kommentiert und, äh, veröffentlicht. Und, äh, veröffentlicht.